Mein Name ist Oliver Engel von der Landfleischerei Fleckenstein in Laudenbach. Ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einer kleinen Reise rund um die alte Wurst. Die Fleischerei Fleckenstein ist Meisterbetrieb seit 1973 und einer der ersten Betriebe im Werner-Meißner-Kreis mit EU-Zulassung. Da die Landfleischerei der Qualitätsmarke Gutes aus Hessen angehört, werden unsere Schlachtschweine nur von Bauern aus der Region bezogen, die ebenfalls dieser Qualitätsmarke angehören. Die Schweine und Rinder werden ausschließlich selbst geschlachtet und verarbeitet. Neben der alten Wurst und anderen Wurstspezialitäten bieten die Fleischerei Fleckenstein Haas auch einen Party-Service. Schauen Sie doch mal bei uns vorbei, damit wir Sie in Sachen Wurst und Fleisch verwöhnen können. Das Handwerk. Die Wirtschaftsmacht von nebenan.